hoi leute herzlich willkommen hier ist juni und ich habe wieder ein das ist der neue das ist der vierte part ich verrede mich die ganze also auf jeden fall das ist der vierte part vom bunker video und wir sind letztens stehen beim jägerhäuschen und deswegen will ich sagen wenn ihr part 1 2 und 3 noch nicht gesehen habt schaut die unbedingt an die sind mega spannend vor allem part 1 ja und schaut bei an die ps vorbei der macht der eigentlich ein hauptteil von den videos also er macht fünf Jahre ein 20 minütiges video das geht mehr besser um wie der besser um den bunker und ja schaut auf jeden fall das an das ist sehr sehr spannend wir haben der bunker angeschaut und mehr will ich nicht spoilern also jetzt folgt rein in den nächsten part und zwar part 4 leute es wir haben jetzt die ganze zeit schaut und wir sind los place und auf jeden fall wir finden keine luken mehr also bunker und so ja das war es halt auch mit dem thema es war schön das alles zu filmen und ich hoffe es gefallen es ist der vierte part und ich habe 1 1 bis 4 parte gemacht und wenn ihr die noch nicht gesehen habt unbedingt vorbei ja und deswegen würde ich sagen machen wir los place wir machen gleich ein los place und da haben wir ein schweineschlachthaus und da schauen wir rein und wir machen los place videos also checkt das auch ab also leute tschau